Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe es geht euch gut. Ich bin leider ein bisschen zu spät ins Game reingestappt. Ich hoffe, das sorgt jetzt hier nicht für zu großen Krawallen. Wir spielen heute Lidl Set, denn Lidl lohnt sich. Was das genau heißt, fragt ihr euch jetzt. Tobi, Tobi, was soll das heißen, Lidl Set? Ich gehe doch immer bei Aldi einkaufen. Lidl Set ist, wir spielen mit, ja ihr seht es schon, Lidl Tempo. Und, also erstmal grundsätzlich, macht das bitte zu Hause nicht nach. Ich würde es niemandem empfehlen, Lidl Set. Niemandem, nobody. Oh, dieser Skin von ihm, das ist auch richtig reutig. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es klappt. Kann man nicht sagen. So, ich habe jetzt mal kurz die E genommen, damit wir hier Minions bekommen oder auch nicht. Die Idee, die ich habe, Rune King ist ja zur Zeit sehr, sehr stark. Wird demnächst eventuell genervt. Rune King wirklich das Must-Go-Item auf Nahkämpfer. Ich habe leider keine W, das ist etwas, etwas schwierig, weil die Elysia ganken wollte. Und, ja, Moment. Okay, jetzt. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt, jetzt wäre ich bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Und Lidl, jetzt wird reingelidelt. Denn Lidl lohnt sich. Hier wird reingelidelt. Schön gelidelt. Weggelidelt. Durchgelidelt. Einmal den alten durchgelidelt. Ja, was machst du so ein Wunder? Ja, ich habe meine alte durchgelidelt. Ja, schön, ich auch. Cool, 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 cool. Ja, äh, alte sagt man nicht. Man sagt neue. Na, kappa. So, ja, also der, der Grund behind ist quasi, ich muss meine Cam ein bisschen verstellen, ähm, ja, so ungefähr. Der Grund behind ist der, dass, geht mal im Mikro, wie das geht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, zu leise, zu gelb, zu grün, zu bunt, irgendwas. So, wir gehen jetzt auch direkt, eigentlich müsste man natürlich, also, hm, ja, hm, also, hm, ja, okay, hm. Gut, also, ja. Sammeln wir uns. So. Wir haben super viel Tag Speed mit Lidl. Außerdem wollte ich diese Rune auch mal ausprobieren, das ist bestimmt auch cool. Wir haben super viel Tag Speed und mit Rune King macht man prozentualen Damage, wie Maxima schön sagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wenn wir richtig viele Tags machen und dann mit Rune King jetzt mal bäb, 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 bäb in die Ultimate rein, so. Das heißt, wir machen nicht so diese, wow, meine Qs machen so viel Damage-Kombos oder meine E oder meine Ult, sondern wir prügeln einfach die Scheiße in meine Ultimate rein. So, wisst ihr, was ich meine? Ist wahrscheinlich kacke. Und unsere Laning-Face hat natürlich, normalerweise hat man Lectio-Qued und so, man könnte WE-Q machen für Lectio-Qued, dies, das können wir natürlich jetzt nicht. Naja, aber wir können hier schnell Last-Hitten, das ist auch cool. Wir können dann mal, wir machen jetzt, wir holen uns, wir machen so und so und dann machen wir so und dann, das wäre jetzt ein Lectio-Qued-Proc gewesen. Bei uns ist halt ein Lidl-Proc, hat auch was. Hat auch was. Ja, wir müssen ein bisschen mal gucken, Nidalee haben die im Jungle, die könnte natürlich jederzeit ganken, hätte Bock auf sie grundsätzlich. Also abgeneigt wäre ich nicht, weil sie ist aus Papier, aus Barbier. Aber, hm, ja. Mittlerweile muss ich auch sagen, es gibt so viele Skins, ein bisschen räudig ist es mittlerweile schon. Nice, ich wusste, dass die Kugel kommt, aber so richtig viel Damage mache ich nicht. Also ich glaube, so Laning-Face-mäßig müssen wir uns etwas zurückhalten. Wir könnten aber eine Cure auf ihn machen. Also ich meine, es gibt so viele Skins, weil mittlerweile gibt, manchmal passieren Dinge und du weißt gar nicht, was passiert. Weil das einfach Skin-mäßig ist so. Du denkst dir einfach, ja, later denkst du dir einfach. So, hier drehen wir einmal. So, die Frage ist, ähm, wo ist Nidalee? Nidalee ist noch nicht gestorben. Wir wollen natürlich nicht sterben. Wir können ihn natürlich ein bisschen weiter poken, 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 geht immer. Na, so ein bisschen poken schmauken. Hier, ein bisschen poken schmauken. Okay, later. Also ich würde sagen, wir gehen für Level 6. Wir müssen, das Wichtige bei uns ist halt, dass wir am Gegner dranbleiben. Weil wir machen nicht viel Damage, aber oft. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit Ult engagen, damit wir mit W hinterher steppen können. Ult engagen, dann so viel Damage wie möglich in die Ult reinkloppen, prügeln, prügeln. Früher fällt mir ein, hat man immer Runking-First gebaut. Das macht man auf Z gar nicht mehr. Früher war das immer so der Way to go, weil Runking natürlich auch Boni-Damage macht. Fällt mir gerade mal so ein. Das ist aber schon Äonen von Jahre her. Oh, den können wir jetzt töten. Das heißt, wir engagen mit Ultimaid. Jetzt quasi, machen Ignite drauf, machen so. Und machen nochmal so. HONDAI! HONDAI! Schön, 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 schön. Hab ein bisschen Hilfe bekommen, aber sie hat auch Hilfe bekommen. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja, 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 ich sehe das schon, ich sehe das schon. Nicht sterben, nicht sterben. Wichtig ist, dass du nicht stirbst. Okay, cool, 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 cool. Ja, schön, 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 richtig, richtig schön. Ja, schön. Das ist gut, da kann man... Schön. Gut, so abschreiben wir da. Für alle, die das nicht verstehen. Sollen wir noch eine reinbuschen? Eine buschen wir, glaube ich, noch rein. Eine noch reinbuschen. Ne, damals war Runking-First. Da gab es aber noch keinen... Da gab es noch gar nicht so dieses ganze Draktarblade und so. Ich glaube, Jumus gab es. Das war aber anders. Jumus hat damals übelst geprügelt. Jumus hat damals natürlich auch Attack-Speed erhöht. Ja, das waren noch Zeiten, Leute. Rip Jumus. Mehr, schneller laufen ohne Attack-Speed. Und den Brutalisierer. Kennt ihr noch den Brutalisierer? Der ist eigentlich so wie Serretted Dirk. Nur ich glaube, der war sogar noch besser als Serretted Dirk. Gut. Jetzt haben wir nämlich dieses Item. Und bei diesem Item können wir jetzt... Das war nämlich die Idee von ganz, ganz damals. Diesen Effekt in das Runking mit reinballern. Und das scaled da auch mit rein. Klar, Dirk-Tablet ist im Prinzip auch dasselbe. Oder vielleicht sogar besser. Ne, aber damals gab es sowas nicht. Und ich gehe ja nicht für den Proc-Zong, ich gehe für Lidl. So, wir können gucken, ob wir vielleicht gleich Bot-Line ein bisschen räumen. Ein bisschen Bot-Line räumen, weil die machen da Stress. Tatsächlich. Zack. Und mit 4 Attack-Speed kann man auch richtig gut Split-Pushen und Farmen aufsetten, muss man einfach mal sagen. Weil Split-Pushen finde ich gar nicht schlecht aufsetten. Man kann die meisten Leute im One-on-One besiegen. Ich glaube, wir brauchen dann auch noch einen Runking. Macht das eigentlich AD-Damage? Ich glaube, ja. So, wir haben Aldi-Made. Aldi-Made. Wir können ja mal gucken, ob wir Nidalee finden. Aldi-Made. Aldi-Made. Was wollte ich gucken? Ja, was wollte ich gucken? Scheiße. Ja, so. Was Physical-Magical-Double-Damage da ist. Wir machen erstmal einen Wardney hier, falls er gleich eine Nidalee kommt. So. Der Damage hier ist auf jeden Fall Physical. Ne, Magical. Oh, later. Mach deine Kugel, mach deine Kugel, mach deine. Ja, danke. Er hat ein bisschen reingekackt, aber... So, wir warten noch eben. Ja, fuck. Reicht nicht. Ich habe auch mein Item nicht benutzt. Kacke. Ja, es war alles nicht so wie geplant. Hätte ich... Ich hätte einfach nur hier in dem Moment die E-Dotchen... Ja, Leute. Kann wir kurz fähr sein, dass ich bestimmt schon ein Jahr kein Set mehr gespielt habe. Lasst uns kurz fähr sein ein bisschen, ja? Wir müssen auch mal fähr sein für einen Moment. Was ist das, der Nidalee? Ach, das war Lulu. Ja, das ist, was ich meine so. Ja, das war ein bisschen unglücklich, aber... Es ist nicht einfach, alle Champions zu Main, so wie ich das mache. So, dann müssen wir jetzt mal kurz... Die Ganone mitnehmen. Gut, wir haben jetzt halt richtig viel Cooldown auf Aldi, Maid. Das gefällt mir nicht. Wir könnten da unten, da ist nämlich super viel Action-Tagü, aber... Unsere Alice, die ist richtig on fire. Sacher Mui. Sacher Mui. Wir haben halt noch ein bisschen... Wie viel brauchen wir für Rune King? 1-1. Oh, ich hätte hierhin einfach nur slowen müssen. Das wäre easy gewesen. Wobei, ich wollte das Rune King halt in... In das Ding reinballern. Deswegen habe ich es nicht benutzt. Und dann habe ich es gar nicht benutzt. Mayonnaise. Gut. Xerath macht irgendwas. Irgendwo macht er was. Wir können ihn jetzt abfangen, Leute. Er wird jetzt da so ein bisschen Kugeln rumschippern. Und dann wird er wieder in die Mitte kommen. Vermutlich. Vielleicht geht er aber auch unten defen. Könnte auch sein. Aber wenn er unten defen geht, dann töten wir ihn. Und wenn er Mitte kommt, dann töten wir ihn auch. Ähm. Oh, 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 oh. Ich wäre... Also ich wäre Apo... Ich hoffe, die haben hier keine Vision Tegue. Gehe ich dafür? Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Mal einmal den... Das war richtig... Ich muss den Greed widerstehen. Und ich habe es geschafft. Erfolgreich geschafft. Wir haben aber gleich eine Aldi, mate. Wir brauchen aber nur ein bisschen Geld. Bisschen Geld brauchen wir noch. 1-1 brauchen wir. Gib, 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 gib. Braschnikoff. Schön. 100 Münzen benötigen wir stets noch. Hm. Ja, bisher. Also ich bin nicht geil. Also ich habe das Doppelte an CS. Fast. Also ich bin schon geil, aber nicht insane geil. Es ist okay geil, kann man sagen. Okay. Witches unten. Die Elise macht mir zu viel Arbeit, möchte ich sagen. Ich möchte... Wenn jemand anderes zu viel Arbeit macht, dann ist weniger Arbeit da. So, wir machen jetzt mal eben Runen King fertig. Wie viel Damage kriegen wir mehr bei Runen King? Wir haben jetzt... 100 Magic Damage und hier... Ah ne, das ist schon. Mehr macht das nicht? 100 Magic Damage? Ja, Saramui. Das ist ja voll wenig. Ich dachte, das wäre wohl so 150, 175. Ich glaube, der Damage wird auch mal reduziert, aber dafür der Effekt erhöht. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, damals hat das... Ja. Minimum Bonus Physical 15. Maximum Bonus Delta. Wieso geht das immer weg? Bis 60. Users Lifesteal is applied to Bonus Physical Damage. Okay, wir können jetzt hier was machen. Erstmal haben wir einen Pot rein. So, lasst uns... Wie müssen wir engage? Wir gehen mit... Ja, er poked hier. Ja, wir müssen mit W drauf. Okay. Oh, es hat geklappt. Es war harsch. Aber es war von 100 auf 0. Von 100 auf 0. Und er hatte Double Buffs. Es war harsch. Und es war schon... Es grenzt an Wahnsinn. Aber guck mal hier, wie wir hier Towers melden können. Ich habe Lifesteal. Mir kann jemand was nicht. Ich habe Lifesteal. Kommt her. Ich kann hier. Zack. Bam. Bam. Lifesteal. Bam. Bam. Swap. Swap. Bam. Bam. Nein, nein, nein. Bam. Swap. Schön. Schön, 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 schön. Guck mal, wir sind schon fast wieder voll. Guck mal, jetzt können wir den Tower halt auch richtig umprügeln. Prügeln. Prügeln. Wie viel Energie haben wir jetzt? 230. Das ist auch cool, die Rune, oder? Spielt man die jetzt immer auf Assassin's? Ja, ne? Zack. Was kaufen wir jetzt als nächstes? Die Frage. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder wir kaufen sowas wie Random Dancer. Ich glaube, das wäre ein Dill. Wäre das ein Dill? Random Dancer? Oder... Naja, ist noch da. Scheiße. Ich glaube, ich gehe noch nicht shoppen. Also, wir könnten Phantom Dancer kaufen. Dann sind wir nämlich... Haben wir mehr Tech Speed. Können schneller laufen. Und so ist ja wichtig, dass wir am Gegner dranbleiben. Oder... Wir kaufen... Vielleicht... Draktar Blade. Dann hätten wir halt richtig krassen... Und dann noch ein Gun Blade. Und dann prügeln wir alles in den rein. Aber das ist dann ja nicht mehr Lidl. Er stirbt. Die Elise macht so viel Arbeit. Oh ja, das ist gut. 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 Okay, wir gehen mal eben... Vielleicht brauchen wir auch erst Attack Speed Spur. Weil wer schnell ist, ist schneller da. Zack. Die nehmen wir mit. Sollen wir noch eine Platte nehmen? Weil ich glaube, der Xerath musste wieder shoppen gehen. Komm, nehmen wir noch eine Platte mit. Die feiten da unten. Noch eine Platte im Fix. Das geht nämlich... Guckt euch hier. Attack Speed ist richtig cool. Wir haben nochmal hier 13%. Wir könnten auch Rage Blade bauen. Aber das ist, glaube ich, übers Ziel hinausgeschossen, wenn wir ehrlich sind. Komm. Platte. 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 Rage Blade wäre, glaube ich, nicht gut. So, die nehmen wir noch mit. Ja, ich weiß. Ich farme. Ich farme. Aber ich muss eben mein Bild... Ja, wir töten sie. Aber ich brauche meine W. Ich brauche meine W. Ohne W? Meint ihr, es geht ohne W? Ja, vielleicht geht es ohne W. Naja, wir kriegen gleich Cooldown Reduction noch. Wir tun so... Oh, 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 oh. Oh, bitte nicht. Bitte spring mich nicht an. Bitte spring mich nicht an. Bitte spring mich nicht an. Bitte spring mich an. Also, ich spring mich nicht an. Ha! Weggelidelt. Tschüss. So. Ich weiß gar nicht. Hat Lidl überhaupt geprogged? Was? Das ist... Oh, nein, 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 nein. Ah! Auch weggelidelt. Ne, das war die Konkurrenz. Aldi. Gut. Aldi, Aldi Xerat. Gut. Ja, gut, 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 gut. Also, Tech Speed ist... Einfach maximalist Tech Speed. Ich meine, Rageblade macht gar keinen Sinn. Rageblade macht gar... Eigentlich wäre doch das hier ein gutes Item. On Hit, oder nicht? Ist das nicht gerade On Hit Set? Ich weiß nicht, was Lidl Set ist. Wie definiert man Lidl Set? On Hit Set? Warum eigentlich nicht? Die haben sehr viel Magic Damage im Team. Eins, zwei, zweieinhalbe. Zweieinhalbe Magic Damage. Warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. So, wir gehen jetzt mal Botland ein bisschen draufstatten. Wir brauchen auch mal andere Kills. Wir haben jetzt Xerat, wir brauchen jetzt mal die Botland für meine... Für meine Aldi-Made Hunter. Oh, Aldi-Made? Wir haben Aldi-Made Hunter und Lidl Tempo. Das ist aber harsch jetzt. Hm... Okay. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich die alleine schaffe. Die sollen mal mit... Oh, oh, oh. Ich kann so ein bisschen Zeitkauf-Exe machen. Bis mein Team da ist. Ah, jetzt kommen die nicht mehr, weil ich sie weggepinkt habe. Unglücklich. Unglücklich. Ja, also es ist halt eine Lulu so. Der hat vier Kills, der Boti. Aber er ist Level 8. Ich bin 11. Gib mir Ultimate und ich versuch's. Guck mal, unser Attack-Speed ist richtig. Kabam, 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 kabam. Nächster Bruce Lee-Film. Oder lieber Jackie Chan? Ich glaube, Bruce Lee ist krasser, oder? Jackie Chan ist ja nur so... Schauspieler-Karate-Mensch, oder? Ich meine, er kann das bestimmt auch so ein bisschen, aber... Kadatsch, kadatsch, kadatsch. So, wir holen jetzt den Twitch, den Twitcher. Den jagen wir jetzt. Ich habe noch eine Rechnung aus dem letzten Game mit dem Twitcher offen. Ist bestimmt derselbe Twitcher. Guten Tag. Einmal die Twitcher-Karten, bitte. Ha, das war dein Fehler! Ich bin tot. Ja, so weiß ich nicht. Leute, 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 Leute. Warum stehen da auf einmal 12 Gegner? Ja, 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 ja. Ondai. Okay, das war okay. Das war okay, ich fand, wieso? Ich habe drei Kills von 17. Alle sind fett, nur ich nicht? Ach, Leute, 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 ich mag dies nett, ich mag dies nett. Ich hoffe, mein Team intelt nochmal ein bisschen. Also, ja, man soll ja niemandem was Böses wünschen, aber damit würde ich meinem Team ja was Böses, eigentlich würde ich mir was Gutes wünschen, weil ich dann mehr Kering kann, vielleicht. Weil, ich glaube, sobald wir, Lidl, äh, sobald wir hier, ähm, Witzend haben, rasten wir komplett aus, Leute. Wir rasten komplett aus. Und ich glaube, das ist auch eher so ein One-on-One-Item-Build. Gegen mehrere, naja, so längere Fights gehen schon, aber, oh, 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 man, ich will auch was. Oh, nice, 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 da geht noch was. Ja. Ja. Okay, wir smashen erstmal hier die Minions weg. Vielleicht können wir ja Darien fighten, Top-Lane ist noch, aber der ist halt Full-Armor, der Bordi. Oh, nice, sehr schön. Sehr schön, ja, also, ja, wenn du da greenest, ist das ja wohl nicht mein Bad, also, 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 sorry, sorry, ähm, Antivirus-Update. Jetzt kann er nichts mehr sagen. So, jetzt gehen wir Top-Lane ganken, schön. Da gehen wir, oh, der ist ja fast tot. Gank! Und Ruin-King, snap, 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 und later. Au, 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 heiß, 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 heiß. Okay, passt, schön, solo, easy. Au, au, heiß, 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 heiß. Oh, ich hab jetzt X-Bis. Ah, 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 uh. Okay, passt, easy. Ah, 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 okay. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, man, wirklich? Das ist die Art und Weise, wie ich sterbe? So? Von Ludens? Oh, man, Leute. Ah, ah, ah. Really? Oh, er ist tot. Der ist tot. Wobei, hier sind viele in der Mittelschmitte. Der ist tot. Aldem, Alde. You welcome. Die sind alle tot. Die stimmt vielleicht noch? Ja. Oh, der, der, aber der ist tot. Oh! Er ist unsichtbar. Oh, kaufen wir uns mal den Radar schon, Leute. Radar ist da. Wie viel Geld brauchen wir jetzt für Witzend? Komm, gib mal jetzt. Gib, 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 gib. Und 88er. Man könnte halt mal, ich weiß nicht, wie wir den Set nennen dann, aber, Babidi-Bam-Set oder so. Rune King, Gunblade und Draktarblade. Könnte man mal spielen, oder? One-Shot-Set. Weapon-Set. Oh, ja, da, da, jetzt probieren wir nochmal mein Item-Bild. Gegen den müsste mein Item-Bild ziemlich gut sein. Wobei, er hat halt eine Dawn-Mail. Und jedes Mal, wenn ich ihn angreife, kriege ich das Ding und ich habe kein Lifestyle und so. Aber... Wow! Jetzt wird gesmasst. Schmasst, ich bin raus. Tschüss. Nein. 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 Überhaupt nicht. Nö. Okay. Ja, den habe ich richtig weggebüllert. Also, wenn der Item-Bild nicht gut ist, dann weiß ich es auch nicht, Leute. So, wir gehen mal Steinbottler ein bisschen live holen. Das große Problem, was ich sehe, ist, dass wir halt überhaupt... Wir müssen immer 100 Jahre auf unsere Ultimate warten, weil die einfach keinen Cooldown-Reduction haben. Das ist ein kleines Problem. Aber dann habe ich Zahnseite hier. Das ist ja auch wieder ein Vorteil dann, oder? Oh, die haben Harald gemacht. Ja, schön. Ich glaube, das hier ist ein Split-Push-Bild. Das ist wahrscheinlich der beste, den es gibt. Ohne jetzt arrogant zu wirken. Weil, wenn jetzt einer kommt, dann würde ich den verprügeln. Guck mal, jetzt haben wir... Egal, wer jetzt kommt, ich würde ihn einfach komplett wegprügeln. Jetzt brauche ich mir eigentlich einen Magic-Pin, weil das hier alles Magic-Damage macht. Magic-Damage, Magic-Damage. Kann man irgendwie die Markiere-Stenz reduzieren vom Gegner und gleichzeitig AD bauen? Nee, aber es geht nicht, ne? Ich glaube, sowas geht. Ja, doch, es geht. Aber nicht... Ich glaube, hat nicht Rage-Blade sowas. Aber ich glaube, das lohnt dann nicht mehr, oder? Aber vielleicht. Rage-Blade ist cool. Wo ist denn das Scheiß-Ding? Hier. 15 Armour-Penetration, 15 Magic-Penetration. So, jetzt suche ich mir einen Opfer, Leute. Einen Opferlamm. Oder ich Split-Pusche, bis ein Opfer kommt. Das wäre auch ein Dill. Vielleicht gehen wir Top-Lane. Wir können... Ja, komm. Komm her. Das Problem ist irgendwie, dass wir immer so viel Schaden machen. Ich sehe mal, explodiere sofort. Aber... Das ist jetzt den Fight-Wert. Also, wir machen erst Ultimate. Oder machen... Jetzt weiß ich es nicht. Komm her, wo bist du? Oder ist er in dem Busch drin? Oh, jetzt in dem Busch. Ultimate ist da. Rune-King wurde geprockt. Und jetzt wird geprügelt. Batz. 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 Ja, also, den hätte ich auf jeden Fall weggebatzt, glaube ich. Auch ohne Nasus. Glaube schon. Also, meine Ultimate macht natürlich auch gigantigen Damage, wenn ich da halt so richtig reinprügeln, ne? Also, das muss man... Vielleicht kommt bis dahin nicht der Turbo-Damage. Also, klar, der kommt auch, aber... Ich meine, er ist ein Tank, Leute. Können wir kurz akzeptieren, dass er ein Tank ist? Können wir das akzeptieren? Au! Das gibt mir Flashbacks. Wir können... Was kaufen wir jetzt? So, sollen wir... Ich glaube, wir kaufen Rageblade, Leute. Oh, 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 oh. Aber jetzt poppen wir eine Cue auf Xerath. Ah, schade. Und dann hätten wir den Grump weggeliedelt. Okay, die hat Vision hier. Das heißt, wir warten jetzt bis sie in Speer wirft. Und dann nimmt sie ihn einfach. Okay, gut Mein Plan ist genau aufgegangen Ich wollte nämlich, dass sie mehr XP jetzt gibt Oder Geld Weil sie hat es schneller levelt als ich Und dadurch kriege ich mehr Geld im Endeffekt zurück Oder mehr XP oder das alles Okay, komm her, wobei ich bin fast tot Okay, gehen wir mal eben Rageblade kaufen Also so ein paar Komponente Attack Speed, nee, machen wir mal ein bisschen AD Und so, das ist ein guter Back Das ist ein guter Back Ein richtig schöner guter Back Haben wir irgendwas, was wir mit AP skaliert? Nee, ne, egal Egal Na, 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 na Egal, was für Drake haben wir Ferne Drake und Erd Drake Okay Ahem Ah, nice, schön Elise wurde getötet, no Place Red Buff da Können wir mal kurz vorbeilobnen Ich brauch halt echt CDR, ey, ich hab keine CDR, du Kein Red Buff, okay Oder wir warten, wir können jetzt hier so ein bisschen Ah, shit 4 Tech Speed haben wir eigentlich 1,9 Kommt man mit Lidl über 2,50 drüber? Nee, ne, scheiße Ich glaub ich hab zu viel Tech Speed Fällt mir auf 1, 1 Ja, das ist mein Moment Und jetzt Batz, 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 batz Habt ihr das gesehen? Habt ihr, also klar Ne, du denkst erstmal so Wow, da passiert gar nichts So, er macht so ein bisschen Batz, batz, batz Aber dann auf einmal so Boom So Er ist einfach explodated Er war einfach weg Hä, das hat 50% abgezogen oder so Der war, ist einfach explodiert Hä, wie viel Damage hatten das bitte gemacht? Kannst du wieder nachprüfen? Das war schon viel, Leute Wer da sagt, dass es nicht viel ist Der geht auch bei Edeka Wobei, ich geh auch bei Edeka Aber Edeka ist teurer, glaub ich Deswegen ist es auch viel Batz, batz, batz Baaaa, baa, 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 baa Dreh ein Tod Ja, das war aber unfair Das akzeptieren wir nicht So, wie viel brauchen wir? Ich sollte, ich finde Ich sollte auch Synchronsprecher Für Spiele werden Finde ich echt Man sollte so ein Sound-Paket Runterladen können Und dann ist man beim Auto-Tag Batz, batz Aber nur Bei fetten Auto-Tags So richtig welche Die so ein bisschen reinbringen Batz, batz Dann bei Trainer Batz, 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 batz sowie wir brauchen wir noch der ist tot wir brauchen noch 790 er und also die werden alle sterben sie werden alle sterben also die gegner nicht unsere kommen ihr seid gut xera 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 kill sie peter ja komm mach ultimate sie du kannst es ganz schaffen kommt noch ein ja auch schön gemacht er hat schön schön gemacht herrat was habe ich jetzt gesagt 97 war mein kurzzeitgedächtnis ist minus drei einfach keine punkte rein investiert der kleine schnell den bluboff von unserem eigenen jungler die feige irgendwelche klone im spiel die auch angreifen ja schocken und stimmt weil mein klug greift er nicht an erdrick 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 immer ultimate ultimate das brauche ich den müssen wir auch ziemlich guten der mit schwach mit und king oder wenn ich jetzt noch lidl brauchen könnte wäre das richtig bock so jetzt wollen wir noch schnell ein bisschen api und dann wir jagen jetzt jemanden wie wärs mit dem twitter der twitter 77 den jagen wir wir holen uns noch schnell in a wave dann sind wir voll live glaube ich denke ich sei think i think i think i think i think lassen die aber tanken so jetzt einfach nur auto technik fürs hier ja ja so und jetzt gehen wir hier in den jungle rein so wir warten wir machen einfach die grenz posten posten kontrollen guten tag einmal bitte und da kann man bitte dein leider heide heide ich bin raus 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 ok zwar ja ich dachte ich kann ich schnell genug töten aber war ein prank vor allem weil lulu noch da oder ich glaube lulu war auch da redbar würde ich gerne haben wie lange 432 ok schnell 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 missforschung kommt gerade schnell 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 vielleicht geht sie auf kabel ich den nehme dann haben wir bessere chancen zu karen so wie viel brauchen wir noch sie macht fragezeichen i'm huge bin ich nicht ja doch geht aber sie ist uger ist aber ein rank schon leute also ich will schon gewinnen soll es nicht so wir haben jetzt gun rage things ich glaube rage player ist richtig kacke weil ja ihr habt ja gesehen wie das gerade da läuft also das ist diese item bild ist nur im one on one im one on one ist der insane legend und zum tower taken aber teamfight mäßig also langer teamfight wenn wir nicht in geld werden aber teamfight gewinnen wir eh von daher na 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 wir gehen botland splitten botland botland dem zeigen wir es jetzt dem zeige ich jetzt mein damage er hat einen full tank nein ich ignoriere sie einfach und lauf an ihr vorbei on red buff bitte nicht weglaufen bitte nicht weglaufen don't love back no no will always love you so und jetzt batz 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 ja so es war es war okay also es war okay also ja er hat mich geslaut und dann konnte ich nicht so viele autotext deliveren irgendwie also es war und am besten wäre es wenn ich vorher lidl procken würde also lidl und dann engage naja ok alle gegner sind tot schade naja also ja also ja also ja also ja also ja guck mal hier wie der tower fliegt leute fliegt richtig der könnte hier wie heißt ihr das lied von für dich fliege ich die wolken weiter schiebe ich die wolken weiter ja also wir haben gewonnen es war eine nette runde nette annette also ich habe jetzt nicht die ganz zerstört ich weiß ja ich muss auch dinge ausprobieren ich hoffe es war trotzdem unterhaltsam für euch darum geht es ja im endeffekt und hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch einen wundervoll beautiful day auf wiedersehen later abonniere abonniere abonniere